Mein Name ist Heiko Musjolek, ich bin der Geschäftsführer der Gesellschaft zur Heilung der Schlafapnoe. Meine Aufgabe ist es, Schlafapnoe-Betroffene auf dem Weg zu einer dauerhaften und nachhaltigen Heilung von der Schlafapnoe zu begleiten. Und in meinem Beratungsalltag, in meiner Beratungspraxis, stoße ich regelmäßig auf psychologische Hindernisse auf dem Weg zu einer Heilung von der Schlafapnoe. Und da habe ich mich intensiv damit beschäftigt, wie Menschen letztendlich Entscheidungen treffen, wie sie ihre persönlichen Ziele erreichen können, wie sie dahin kommen, wo sie letztendlich hinwollen. Und nach dem Lesen eines Buches von Tony Robbins bin ich auf den Aspekt NLP gekommen und dann bin ich infolgedessen sehr, sehr schnell bei Thomas gelandet, um dann hier die NLP-Practitioner-Ausbildung zu beginnen. Und daraus dann erstmal für mich zu lernen, wie ich NLP für mich anwenden kann, um meine Ziele zu erreichen und dann darauf aufzubauen, wie dann letztendlich ich meinen Patienten helfen kann, ihre Ziele wiederum zu erreichen. Ja, Thomas, die Gruppe war sehr, sehr, sehr angenehm, hat mir sehr viel Spaß gemacht, in einer sehr, sehr kleinen und Gruppe von gleichgesinnten Menschen zu arbeiten und zu lernen. Und insbesondere hat mich das Mindset letztendlich der Gruppe beeindruckt. Es ist eine sehr, sehr spannende Zeit gewesen, mit Menschen zusammen zu lernen, die letztendlich sehr, sehr viele Grundwerte, Grundeinstellungen und Glaubenssätze teilen. Hallo, ich bin die Simone. Ich bin seit kurzem selbst als Coach und Mediatoren tätig und bin zu Thomas in die NLP-Practitioner-Ausbildung. Zum einen, weil ich mich selbst besser kennenlernen möchte, denn nur wenn ich mich selbst besser kennen kann, kann ich auch mit meinem Gegenüber besser umgehen. Und zum anderen, dass ich auch noch weitere Tools in meine Werkzeugkiste reinpacken konnte, was ich definitiv gemacht habe. So in der Ausbildung haben wir ja ganz viel zum einen gelernt, was zwischen den Ohren, also im Gehirn stattfindet. Da habe ich einiges an neuem Wissen mitgenommen. Zum anderen konnte ich unheimlich schnell, ja, Techniken oder auch, ja, das Denkweisen, Muster erkennen und umsetzen und, ja, auch neue Impulse mitnehmen. Und, ja, wir haben ganz viel für uns selbst gelernt. Also, ich konnte mich ganz viel selbst kennenlernen und auch ganz vieles schon verändern. Ja, Thomas, danke dir erstmal, dass ich hier sein durfte und ich arbeite als Berater im Bankenumfeld für Software ein, mache verschiedene Projekte. Genau. Und ich bin jetzt hier in der Practitioner-Grundlagen-Ausbildung gewesen. Also wichtig war für mich, hier auch zur Ruhe zu kommen. Mag mir manchmal gar nicht so glauben, aber es hat mir viel Energie auch wiedergegeben, die jetzt die Weihnachtsfeiertage verbraucht haben. Und die ganze Atmosphäre war schön gewesen. Du bist ein super Trainer, der auch für eine tolle Atmosphäre gesorgt hat. Ich habe super viele Tools mitgenommen, die ich im täglichen Leben anwenden werde. Die Gruppe war auch sehr freundlich, zugänglich. Man kommt sich gerade durch den ersten Tag, die Übung, die wir gemacht haben, sehr schnell auch ein Vertrauensverhältnis entstanden, auf dem man aufbauen konnte, dass sich einfach die nächsten Tage durchgeführt hat. Wir haben auch abends immer wieder was zusammen gemacht. Also es war ein tolles Seminar. Vielen Dank für's Zuschauen.